Hallo! Hallo! Was ist eure Lieblingsbaumart? Schreibt es in die Kommentare! Wir hatten noch schon Baum, oder? Äh... Monster Energy! Schau auf, ich hab ge-smoked, ich hab ge-smoked! Schau auf! Mach mal die Wand noch an! Scheint keiner! Entweder Smoke, oder? Ja, da ist der Meinung! Spike in C! Tötet ihn doch! Hälfte! Warum hing ich fest? Ich konnte mich nicht nach rechts bewegen! Macht man eh! Pssst! Was ist das für die Granate? Danke dafür! Das ist eine normale Granate, die ich schmeiße? Ja, ja! Jo! Passt bloß mit dem Rechtsklick auf, ne? Wacht mir ne X! Wacht mir ne X! Das ist ein Raketenwerfer! Halte diesen Yoko in Schach! Ja! Mach aber nur einen Schuss! Was macht ein Raketenwerfer? Also Yannis! Ich werf's Raketen! Ja echt mal! Schnapp sie dir! Toxine treten aus! Messer eingesetzt! Das ist großartig! Nicht durch die Tür, Alter! Gibt's doch nicht! Äh! Links! Close! One fight! Die Bank geht weg! Jetzt! Hinter uns! Hinter uns! Short! Besser war Short! Ja! Das ist hier für fesche Action! Da komm ich gar nicht drauf! Keine Ahnung! Ja! Was verrastet! Der war! Wie? Ja geil! Oh shit! Die Bank geht weg! Und er steht direkt mit dem Rücken! Zu Kevin! What? Wie geil! Das war perfekt ey! Geplant hier wie ein Glück ey! Ich hab mir gedacht ich mach mal was brainlesses und geh mal auf die... Geh mal auf den Punkt! Anstatt hinten zu campen! Stopp wie immer! So! Wollt ihr mal ein anderes Setup sehen? Pass auf! Ja kippe! Ja pass auf! Also ich stell mich jetzt hier hin und dann guck ich das so an und dann mach ich einmal... Zwei! Und dann guck ich das an! So! Und dann? Der stand anscheinend keiner! Das ist für ne Jet die hoch springt! Das ist für ne Jet die hoch springt! Das ist für ne Jet die hoch springt bei Long! Ich glaub ja du hast es geklungen! Ich glaub ja du hast es geklungen! Ich glaub ja du hast es geklungen! Links nach boah! Das ist los! Ist das nicht hängen geblieben? Ich... Ich dachte wir... Oh zack ist frei! Ich tilbe bei uns jetzt. Guckst du hinten? Jo! Wie viele denn noch? Noch einer Der ist durch, der ist durch Der Omen ist... Ach nicht der Omen, der Junge ist aber auch richtig motiviert mit seinen Ports Können wir über die Ports abcampen Der hat Dynamitenhöchstchen, glaubt man Meine Shockdarts haben 149 gemacht Insgesamt war bei allem Bei allem Cool Wenn ich gleich tot bin, schau ich mir schnell ein Video an Für einen Spot auf Haven Ich stehne voraus Unterdruck Toxine treten aus Ich glaub, die wollen wir ja gar nicht Ich glaub, die Was ist das denn? Wand geht... Dimmi ist weg Drei spawnen Toxine Schirm inaktiv Ha, eine weniger Oh shit, der ist ja gepusht Schnell, 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 schnell Kommt wieder verlinkt So war... Wollt ihr nur warnen? Haven... Lineups Schnell, schnell, schnell Ich mach hier die Bombe Aber das ist schon... Das ist ein Spot da Boah, Krieger Die haben Hälfte Die haben verloren Egal, Mann, der Kill war's wert Deaktiviert Ich werde sie abschalten Überlegt Das war lustig Das sind alles nur... Das sind gar keine Shockdarts Lineups Was soll das? Einfach mal mit ins Video klicken Shockdarts Irgendwann wird halt geradeaus hochwerfen Ich kann mit Ultra Ich kann mit Ultra Können wir mal an Ich bin euch auf der Spur Klaus, deiner Knallkopf Vielleicht doch nicht, oder? Klaus rechts Unterdrücke Decke Gebiet auf Wir haben die Tegelaktiv Immer noch Klaus rechts Sky vernichtet Geht mir aus dem Weg Geht mir aus dem Weg Geht mir aus dem Weg Juro-Push rein, glaube ich 2 platziert Links ist irgendwo... 2 CT 2 CT Ah Juro 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 40 links Ah, Juro Ja... Ist rechts in ElCorp vielleicht Ein Gegner übrig Ja dann Der andere soll auf K-Sagen Ja, ist offenbar Regen im Verteidiger Stoff Das hat mich kaufen gesehen Tief durchatmen, ich brauch das ja nicht Ich will jemand kaufen So, äh Verkauf mal Oh, mein erster Schockdart hat getroffen Geil, die Videos helfen jetzt schon Musst du das wohl noch merken Ich finde die Ranks, Mensch Hast du Na halben Stunde vergessen Das war nicht mein Line-Up Ihr bleibt alle hier Toxine treten aus Schalte sie an Blindenrater Ich hätte jetzt vielleicht oben smorgen sollen, ne Alles gut, Wand geht weg Jetzt Hinter uns Bt ist einer Okay, markier mal die Bombe für mich Bin full Letzter lebender Verbündeter Die steht genau vorne Ich glaub beide waren aber oben gewinnt Ja, letzter auf jeden Fall Sein Sack Decke Gebiet auf Hab sie gefunden Oh Gott, den will ich noch Boah Geil So war diese Wut in dir Sie ist furchtbar Aber auch wundervoll Nein Ja Nein Kann ich mal aufgeben Ja Nein Ja Gut Nein Tut mir leid Ja Direkt hier Oh, ich kann nicht Auf Bähre Tut mir leid Gut Gut gemacht Ich will Ihr Albtraum sein Unterwegs Schockpfeil Was? Das ist, wenn sie über Dach kommen Dach? Okay Ja Toxine treten aus Geht gerne voraus Aus dem Weg Wand geht weg Jo Oh, die steht vor mir Ah, du bist das Kacke Okay, ist noch nicht 68 Jet, Garage Warte Warte, ich hab sie Ein Gegner übrig Warte, warte, ich hab sie Warte, warte, ich hab sie Oh Alter, die haben sich perfekt reingedurcht, ey Ja Schön, bitte Komm mit seinem Shotgun rein Du musstest doch immer zum Ausfall gehen, gell Oh, wenn ich mich doch immer so fühlen könnte Lass ich meinen Skin Oh, ich hab die anderen auch mit meiner Ult getroffen Upsi Sorry Auf der Karte sah es die ganze Zeit so aus, als ob du auf ihn zielst Nein Das war mega lustig, ja Nein Ich hab ihm zugeguckt, das war wirklich so, das war immer richtig close, beim ersten Nein Nein, das stimmt nicht Das stimmt nicht Das stimmt nicht Ich hab's auf Video Dein Video lagged Aaaaaha Ich hab' nie gehn' ne Wand Ich bin Willen da Ich bin Willen da Ich bin will Ich bin Willen da Gott ey Ich hab' mich beschrieben einfach auf B Ob das dann keiner zugesetzt hat Und dass dann keiner zugesetzt hat Ok, auf viel Aua Da steht ja nur Operator Was geht hier ab? A, komm her! Neuer Main Ja, glaub ich auch, ne? Jetzt spiel mal zu der Bucky noch mal Shorty Okay Wenn schon, denn schon Du hast Ult, kannst ja gut rausstehen Habe ich einfach gar nicht für Fernkampf, okay? Ich schreie Also wenn schon, denn schon Bringen wir's hinter uns Nein Die machen ne Wand hier hin? Oh, das ist auch nervig Toxine treten aus Sand geht demnächst weg Oh Jetzt Toxine schirm inaktiv Oh, mach Zwei Heaven Ah, zwei Heaven immer noch Toxine treten aus Oh Immer noch Oben rechts ist ein Heaven Boah Toxine schirm inaktiv Ein Gegner übrig Ich war auch immer Heaven War auch immer Heaven Weißt Long ist ne Operator Nehm ich steh mal mit Ich glaub ich eh egal Wir haben genug Geld Aber danke Er bin mir nicht schon wieder weggebugt Ich hab die wieder nicht gesehen Ich hab nur noch Das ist, weil der PC nicht genug Grafiken laden kann Oh, Alter, war mein PC nicht runter hier Der hat mir schon Wie lange? Fünf, sechs Jahre treue Dienste erwiesen Länger als meine Ja Siehste mal Scheuchen wir sie auf Nein Los Chris, du schaffst das Das ist ein Pinguin der dich anfeuert Geil Das Ende Der kommt grad von hinten Nein, du Ah ne Bucky Hilf mir doch du Vogel Komm, komm Scheiße Ahahaha Er springt einfach weg Ich hab ja 141 gemacht mit der Bucky, ey Ich hab zehn Treffer in meinen Körper gemacht Aua Vier Schwachpunkte Gut Wenn ein Glied bricht Wird der Rest folgen Kankau Ulzeit Ich würd sagen, da sie jetzt zwei Operators haben, gehen wir durch Double DOS Ne, Gis macht seine Smoke, ich mach meine Wand, dann kommen wir rauf Ja, morgen einfach Alles klar Und dann mach ich ult Ich fisch da einmal rein und dann passt das schon Ey Gis, da fehlt noch was bei dir Wand, Smoke, wir durch, Ulti, irgendwie so Achtung, da ist ein Flash Krass Scheiße Ach, oben links drauf Passt schon Smoke kam grad wieder runter, wo ich überliegt hab Was? Da war doch der Smoke, wie sieht die mich? Ah, jetzt ist doch tot Alle platziert Ja, meine Olde auch Dreck, 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 Dreck Dreck, Dreck Double Oh shit Ah, du müsst hinten links in der Ecke sein, oder? Nehm dir Raze Ne, ne, ne Ach ne, er ist tot Ein Gegner übrig Letztes Mal Double Okay Ich halte einfach die Presse Hoch mit dir Links von der Jans Letzte Erlebende Verbündeter Es ist getan Wo sind die? Da Letzte Runde in dieser Hälfte Letzte Hälfte in dieser Runde Was ist das andere hier? Sprengstoff Pack Mach das Damit sprengst du das Pack Du springst damit hoch Hui Wenn du nochmal drückst, jetzt aktiviert Upsi Ladung raus Stimmt Kannst aber keine neuen kaufen Ich fand doof, so Ja, beide weg Musst du für deine Ult vorwärmen Kann ich nicht Wir müssen noch kurz auf ne Wand warten Aus dem Weg Oder wollen wir weg Kann ich nicht tun Schalte sie an Gegner unter Blankanate Verziehen der Träten aus Wer ist der Nächte? Viel zu viel Stuff, was ich hier gerade wegnehmen muss Oh mein Gott Jetman geht weg Nein, wieso steht der da? Boah, du bist verordnet man Nein Ich hab's auch gehört Ungesehen, aber Wie soll ich tun? Nein Was ein Movegist Auf jeden Fall da oben Zwei oben, ja Stirb Ah, es steht da oben Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten Gut, dass mir keiner zugeguckt hat, ey Das zwar 30 Schüsse, die in die Wand reingegangen sind Kommen wir auf Video Ne Ne Applaus für euch, wenn ihr den ersten kill landet Nein Ich geh mit da Oder? Gott Äh, ich könnte Double Doze machen Nein Doch Du machst das ja Hey, hey Ja, pass auf Jan, das ne Deine Pistole ist nicht so geeignet für Distanz Satten, ne Ah, ne Hä, so mit was Classic Ja Ein Klassico Willst du gar kein Degas geben? Kann ich meine Rüstung? Macht er nie Warum nicht? Das will er einfach nicht lernen Sie sind hier Ja Ja 90 und 50 Aus dem Weg Nein Hast du da niemand gesehen? Das habe ich gesehen Du hast es auf Video Guck lieber zu, was ich ja er macht Ach Gott Ah Letzter lebender Verbündeter Ja Ich bin alle Sheriff Touch or Kick Oh Nice Ups Ich quetsche ihnen die Augen aus Ahem Da war einer Hm Muss auch die Corners pieken Überall hingucken Jaaaa Outplay Er hat einfach nur die Ecke nicht gecheckt, aber okay Vielleicht ist er ihm die auch die ganze Zeit hinterher gelaufen Ne Ich glaube er war ja in der Ecke Das glaube ich glaube ich auch Hast du dich draußen wieder guckt? Ne Nur ich Nur ich Schnapp sie dir Oh Wird da nix bitte Gott ja Ja die sind Shortfeeder oder? Hm Ich grebe da noch einer Wadda scheiße Zwei kommen da Gernis nach dem rechts Nein Oh Ne Kann ich check was auf dir Tja komm Schluss jetzt Wuuu Oh ich hab nicht damit gerechnet, dass die Wand auf einmal weg ist ey Ich wollte dir helfen und die aufmachen und plötzlich krieg ich das Headshot Genauso Ah Genauso Ich war da so schön am Hacken an der Wand Und dann warte ich aufwachen auf Wir sind stark weil wir zusammenhalten Vergesst das nicht Kastieren wir aber Ach die sind ja wieder zu fünft Wahrscheinlich schon vor lange glaube ich die Sage Ja Die waren auch in der anderen Halbzeit war so noch in den letzten zwei Runden dabei ja So ne scheiße was soll das Oh ja Äh die letzten drei haben sie gewonnen Bereit Und jetzt schmeißt der Chris gerade Was schmeißt der? Die Runde Der hat gekauft Gerade Ne ich hab schon wieder Ahnung Ja Wo sind sie? Ja die kommen wieder für die Schaden Noch schneller kann ich nicht laufen Ah ich bin full Die Runde geht gleich weg Ah ich bin full Die Runde geht gleich weg Ich bin full Ich bin full Ich bin full Ich bin full Sie ist nicht long Ja die ist hier schon kurz noch Aber wir haben Bombe Ich glaub hier ist sie Ich hatte ne Bucky Ich glaub sie war dort Ich guck mal warte mal Ich bin full Jesus Ja sie war dort Schreib mir doch nicht so So das zum Thema Runde schmeißen ne? Noch 30 Sekunden Noch haben wir die Runde nicht gewonnen Lade nach Lade nach Mal reingehen Ich glaub die ist saved Ah die hat ja schon ne Wand hingemacht Oh Vielleicht kommt sie auch durchs Ach ne da ist der Chris Zeit zu sterben Okay Sie glauben Schmerz zu kennen? Nein Sie haben überhaupt keine Ahnung Ja Krass mein Fall hat getroffen Zwar nur den Chris aber es hat getroffen Hab ich gespürt Danke Geil die Liner funktionieren Der einzige der mir schaden macht Mein Name Ja aber der Fall kam recht scheiße Also hätten die geplantet hätte das nicht Ey Ja ich stand hier in der Ecke Mein Lineup hat wie gesagt das war gut C Komm mal Sind sie schon drauf? Nein Doch einer ist durch Einer ist durch Jetzt portet der Wichser Aber wo? Da in die Ecke Nein Kevin ist kein AIM Nein Die Flash war auf der Schaden What? Da sind hier noch einer drauf Äh links und rechts Toxin Schirm Toxin Schirm Ah Fuck Eine noch Long Und der keine Ahnung wo der Kaju ist Keine Ahnung wo der Kaju ist Kaju? Ein Gegner übrig Rechts close Ich war nachladen Ich war nachladen Ich war nachladen Du kannst doch nicht schießen wenn du nachlädst Schmieden wir einen Plan und führen ihn aus Achso das wusste ich nicht Halt die Fresse Boah Odin Time Hast du irgendwie recht Odin Short wieder Short wieder Short wieder Pushen wieder zu mich Haken Direkt hier Äh Ander Ander Ja ich spürte ihn Direkt hier Weg Ich markier mir auf jeden Fall meine Ulti Ignorierst du es einfach Ist ok Toxin Schirm Etwa noch lange Bommel liegt da Ja Kevin der ist da irgendwo Lecker lecker Wollen wir die Bombe noch nicht Das Blenden ist das Dreckigste im ganzen Spiel Bombe ist weg Wo war die? Lang Mach ihn! Er weiß dass ich bin Nice Fast nice Zählt auf Überschlagpunkte Wenn ein Glied bricht Hattet der Rest 149 hat man ne Ulti gemacht An wem? Ähm An der Jet Der Jet habe ich sowieso 228 gegeben Kannst du nur nirgends sagen dass ich nicht abgestaunt hab Gis da fehlt noch was ne ganze Zeit Wir schnüren ihnen die Luft ab Jetzt hör auf Hör auf Mit der Zwei Ballon Nice Das ist Piekt einfach ne Odin Was sag wenn die irgendwo pushen? Ich glaub Doppeldoze Was? Seger ein Aber der hat er geschossen Hier sind noch Steps vor mir Wenn wir nicht reingehen Hier bleibt alle niemand Toxine treten aus Die Gna VC ist nix mehr Ach ne rechts klaus Spike in Mitte Toxine Schirm inaktiv Ein Gegner übrig Fenster Fuck window Fenster? Letzter lebender Verbündeter Nein Wieso lauf ich denn? Verzogen Trotzdem getroffen Jaaa Warum fangen denn alle auf einmal an hier den Flo zu campen? Der ist nicht die Bombe Das ist wirklich so Und Flo stand in der Hänge rum Dann nochmal ein Odin Ach 114 habe ich der gegeben da rechts in der Ecke Und Jet habe ich auch 123 gegeben Die habe ich noch nirgends gesehen Da habe ich doch was durch Winnow getroffen Dann legen wir mal los Ich bin euch auf der Spur Oh Meter 2 Ich bin ja hier What? Wo ist meine Rolle? Flaschine treten aus Flaschine treten aus Flaschine treten aus Flaschine treten aus Hast du nach unten geschossen? Ich kann in den Boden fallen Flaschine Das ist sie offensichtlich Du musst immer in den Himmel gucken Bei der Wand Die Jet ist irgendwo raus Spike platziert Die Flash war so godlike Wer auch immer das getan hat So war das Eine? Ja Die fliegende Jet hat nix gesehen Die war so am Arsch Äh under und northside Scheiße Ich habe nur under gecheckt Und short Überall Schluss jetzt Schluss jetzt Scheißvieh Ah Was zündet ihr den Rahmen nicht? Ich guck extra weg Dann plötzlich liegt der vorbei Wäre auch dafür gewesen wenn sie sich dadurch flash Dann guckt man einmal weg und dann verkacken dies Was? Der hat kein Geld von Odin Der hat gern abgehauen oder anderes Der hat gern abgehauen oder anderes Einen können ich noch kaufen Ich hab's gemacht Überleg aber was? Ne das nicht Ok Schade Scheuchen wir sie auf? Nein Ich bin zu spät Nix mit da aber lang oder? Oh! Long Jo ok meine Granate ist komplett aufgegangen Aus dem Weg Toxine treten aus Zwei Stück hier Zwei Stück hier Ja und was? Oder nicht Ich glaube jetzt Schmaß Warte wieso Wofür kriege ich denn da mit einem Assist? Vielleicht hast du noch eine positive KD Mit deinen Bucky Kills Ja Jetzt können wir jetzt verstanden Mal wieder Ich hab den Joghund 3 gemacht mit meinem Setup Die Wipperwand passt vor In den Dienst Was war super? Die Wipperwand in Double Doors Konn ich bisschen rumspielen Die Wipperwand Danke Habe gehofft das ist recht Ich brauch noch mal Alles Ich sag die gehen wieder A Oh das ist ein Sinn Oh Mitte Also ich seh keinen aber Da sind voll viele Doppel Doors Oh ja Beste da war Aber ein Operator Ah Wow Fast und Failed Ja ich auch leider Ich hab wenigstens Oh fuck Ah Lass mich dumm Ihr werdet meine Verbündeten Nicht tötiv Vor Doppel Doors Action Ja 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 Noch zwei Doppel Doors Oh Gott Eine Doppel Doors Ich bin euch auf der Schwule Toxine treten aus Toxine Schirm inaktiv Ihr seid Helios Ein Gegner übrig Noch 30 Sekunden Hält dich Kevin Messer 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 komm Ja Nein Nein Das war sogar ein Headshot Ja Spike platziert So ein Rechtsklickstich meine ich Das ist jetzt scheiße Darf ich Pistol? Ne komm Messer komm Ja troll rein Musst ja nur dem ersten Schuss ausweichen Nein Und deswegen haben wir 15 Minuten verloren Schnitt verloren Schnitt verloren Schnitt verloren Halt Mitte irgendwo Ah Okay Mitte 2 Boah Okay Mitte 3 Ja 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 Glaub ich der B80 abgezogen Toxine treten aus Ah Er ist weggeportet Ah Er ist weggeportet Ah Ich hab meinen Operator gebildet Direkt zu makele Schicke Drohne erlogen Toxine Schirm in aktiv Schild geht weg Er geht weg Schild geht weg Er geht weg Fuck Schild ist immer noch Mitte Dann hat man ne Waffe gesehen In Richtung C geht einer Toxine Schirm in aktiv Die Ok Ah Von A Von A B und C Die 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 Spide Wir Ich hab jetzt Angst vor diesem komischen Wend Keine Ladung Messer angesetzt gegner unterdrückt okay da hätte ich auch drauf kommen können ja dann können wir letzte runde kaufen auch weiter gibt es ja ja dann machen wir das jetzt mal eben machen wir das mal eben unsere halb echo ja das passt schon so gut sind die hinten mal nächstes mittel toxine treten aus das wird auch ja dann sag mal wenn ich flaschen soll schwarz kommt welche 60 56 94 habe ich wirklich einen schaden gemacht mit der ulti zwei und zwei ja ok wahrscheinlich drei und zwei ey decke gebiet auf wo ist der teleport runter oder ja das ist der setup für nächste runde ja 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 also ja ja das ist der setup für nächste runde Ah ok Einen kühlen Kopf bewahren bis wir wieder zuhause sind ja? Gut Brauche Ausrüstung Boah geil Ah 26 Schaden Du drückst nach Odin komm Brauche Ausrüstung Ja Aber ne 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 ich hab Ulti Brauche Ausrüstung Ist doch doch besser Ist doch noch besser Ich kann nicht mehr anfragen Jetzt habe ich ein Problem Ich leg dir eine hin Ich muss was in die Luft jagen Du musst Rechtsflick drücken Ja geht nicht Man kann nur zweimal oder so Ja jetzt schon mal einer Zieh dich zurück Ich lass A direkt Äh C direkt allein Komm auch schnell rüber Ich will ja auch Jetzt sind wir aber risky Für alle Adeln ne Wir sind schon mal da hingegangen Aber allein ist noch keiner Ja wo die kommt Oh fahrer Oh fahrer Ich hab wohl Oh Hä wie ist mein Bot Oh fahrer Oh fahrer Was sind die so Hey weiche sind keine oder? Die gehen Ladung raus Direkt hier Direkt hier Hörst du was planten? Nö Direkt hier Jetzt Ich bin der Jäger Ich bin der Jäger Ich bin der Jäger Ich bin der Jäger Spike platziert Sage Hälfter Da war es vorbei Da war es vorbei Checker In der Ecke weg Dings Double da Oh 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 Ganz mühsies Letzter Leben der Verbündeter Keiner kommt gleich noch für ihn Gefunden 40 bei jedem Oh oh Geht mal nicht an Da ist noch nicht Geht mal nicht an Da ist noch nicht Wollt ihr denn scheiße werden? Ach ist egal So Jetzt bin ich verzweifelt Brauchst du jetzt mehrere Buckys gehst? Die Hilde Für die Kron eine Ja Statt nachzuladen Waffe wegwerfen Ne Er hat eine für Long hingelegt Eine für Double du hast Dann können wir die auch Fehler hier wechseln Wenn die Wenn die Die nahe tot pushen Augen auf Mitte Zwei Blender Die gehen kurz Alle Arten Toxine treten aus Was für die Ghost gehst? Ja ja ich war das Blenden Legen hier die legen hier Rechts in der Ecke schon Aufziehen Schirr Nein Ja Ja Er hat das gespillt Abgeschossen Ein Gegner übrig Drei aus dem Rennen Das letzte war auch short Ich scanne voraus Nein Sie war close rechts Angreifer gewinnen Schnitt verloren Upsi Better win Upsi Upsi Uhhh Uhhh Ab ja safe win gewesen Das ist nicht unranked Das ist nicht unranked Ja Nächster Ja Ich bin bereit Tschüss